What? Ooooooh Fuck Ooooooh Fuck Das ist hier Ein Wildschleim Ja, okay Super Omi ist zusammengebrochen What? Geht verwirrt umher Mein Gott Ist hier oben schon wieder jemand? Wer trainiert da? Sittrex Kann vielleicht mal mal wieder einen Tag trainieren, damit es nicht verloren geht Und Miyamoto kann vielleicht auch mal einen Tag trainieren Yo Oh Schön Beta raus Ja Ich find's auch nicht so gut Ich hab noch nicht rausgefunden wie ich meinen Text unter dem Video ändern kann Den Text in die unten stehen Ich hab bei der Beta was wir noch nicht rausgefunden wie das geht In meinem Dashboard find ich nix Ich find einfach nix Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung wo das ist Ich weiß es nicht Okay Das heißt das hier ist fertig Ähm Gibt jetzt hier mit dem Schwein aus Mit der Wildsau Oh ist schon down, okay Hey hat die Prügelei mit Südrex angefangen Grund entstellt Wie entstellt Wurde von Südrex beleidigt Das hat Heizweißgeber und er schluckt zu WTF Lauterde Nett Ich hau dir auf die Mütze Und dann sag ich Ey danke cool war's Ciao Wir haben nach wie vor noch über über Fleisch geredet Dass man nicht so viel Fleisch essen sollte Was mit Maya? Was macht Maya? Kriegt Stahl zu Sturmkabel Wir müssen mal schauen Dass wir wieder ein bisschen Stahl kriegen Das ist echt bitter Was wir in Stahlverbrauch haben Und bald können wir aufhören zu forschen Weil wir halt einfach alles haben Das ist krass Krass Mit dem nächsten gucken wir Stahl weiter machen Was sind denn eigentlich alle? Bergbau, Feldarbeit Okay Feldarbeit, Feldarbeit, Feldarbeit Richtig erinnere mich Oh richtig Oh richtig Oh richtig Mutze war ja mein Bergbau-Experte Habe ich denn eigentlich noch alle Alle Sachen da? Bauen Feldarbeit Bauen Ich hab keinen mehr der Bergbau kann außer mein Bergbau-Roboter Maja Maja kann noch bauen Oh ich weiß nicht mehr was Lord Endo konnte Lord Endo weiß ich nicht mehr Mutze weiß ich nicht mehr Und den dritten weiß ich auch nicht mehr Das ist ja ja Das ist ja wohl Und den dritten weiß ich nicht mehr Ich kann mich nicht mehr Aber das ist ja auch schon mal Ich bin ja auch schon mal Ich bin ja auch schon mal die wäre es denn wenn du vielleicht einen Schlachtertisch benutzt erstmal dann haben wir ein bisschen Fleisch wieder da so was ist hier los ich habe zwei Alpacas das ist schön drei Leute die hier fest am Arbeiten sind uns fehlt noch Treibstoff ich brauche noch Treibstoff das was? was für ein Nemesisystem die Kurze konnte alles Abschlussgruppe wir schießen ein bisschen was rüber Camp Fuel sortieren nach Name sonst finde ich hier nie was Chem Fuel habe ich nicht ich habe kein Camp Fuel ich habe kein Camp Fuel kein Brennstoff nichts das ist natürlich nicht so cool wie kriege ich den Brennstoff die muss ich erst verarbeiten von Camp Fuel von Bambus oder von Grains machen wir mal einfach oder machen wir 400 400 aus Grains ist aber nur Mais oder? Mais, Bohnen und Weizen Mais, Bohnen und Weizen pass mal auf wie viel Baumwolle haben wir? wie viel Baumwolle? ich glaube wir haben doch schon so viel Baumwolle dass wir Baumwolle scheißen können ich meine wäre es nicht sinnvoller wäre es nicht sinnvoller die Baumwolle mal sein zu lassen und anstatt der Baumwolle Weizen anzubauen weil weil wenn ich Weizen finden würde Weedplant so Weizen anbauen das ist glaube ich eine gute Idee weil Ursula wird von einem Polarwolf angegriffen was? was? Jesus Christ zieh dich keine Güte so Kraftstoffdeutsch Bohrreim Bohrreim aber hier hier hätte ich Camp Fuel direkt vor der Tür aber da ist halt einfach Fluss ja hab ich hier drin was? Blastahl Silber oh hab ich leider nicht so viel hier hinten haben wir Camp Fuel oh Camp Fuel Stahl Titanium Titanium Stahl Stahl sehr schön giftiger Niederschlag Fuck wo ist der in meiner zweiten Kolonie Mist da muss ich die irgendwie da muss ich die jetzt irgendwie reinpacken Tiergebiet 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 1 ohne Tiergebiet 1 ist jetzt erstmal drinnen ja wieso du nicht mehr in den Wusel Raum schläfst wirst du doch also das heißt wir graben uns hier erstmal durch das heißt wir graben uns hier nach Nord warum hab ich denn das nicht abgebaut könnte man das vielleicht bitte vorziehen so zack 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 Tierkunde sind untätig ja 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 funky never die drug und das ist langweilig ich dürfte jetzt sowieso nur ins Zielgebiet gehen pass mal auf Beschränkung brauche ich wieder ein neues Gebiet dann nehmen wir Beschränkung Gebiet 1 bis der giftiger Niederschlag aufhört weil ich hab da immer ein bisschen Bammel ich meine da müssen wir halt jetzt erstmal drinnen bleiben hier kommt es zu untätig ist mir jetzt erstmal egal ok das heißt wir bauen hier das an das ist in Ordnung W2 ist am forschen was eigentlich keinen Sinn macht aber macht auch null Sinn tut mir leid aber dann hat er wenigstens was zu tun deswegen hab ich ihm glaube ich auch äh Kunst gegeben würde er was zu tun haben was ist hier eigentlich los legt einfach mal das Fleisch rum ok wir geben ein bisschen Gas wieder wie sieht es hier drüben jetzt aus wir sind noch lange nicht fertig Gas Klammhändler und in der richtigen Kolonie haben die Katzen dabei die Katzen dabei die nächsten Wahlen sind in drei Quadrums also in drei Quartalen so alter nein oh Camp Fuel kraftstoff alles fliegt in die Luft okay außerdem haben wir genügend Camp Fuel also Treibstoff Kraftstoff Quatsch da mir soll alles in die Luft fliegt was hab ich vergessen Nahrungskammer vergessen no way so die Nahrungskammer hier richtig richtig hätte ich dann spätestens gemerkt wenn hier irgendwas abgegangen wäre sonst hier gibt geht eins da wenn sie geschrien hätten nach Hunger 22.000 Watt entladen sich hier wenigstens habe ich hier keinen Boden drin der Feuer fangen kann das ist mein Glück an dieser Stelle aber krass krass Kettenreaktion gerade zufällig da wo wo einfach alles rumliegt geht okay das passt nur Strom kaputt gegangen ah apropos Strom so passt und hier mitten auch durch so ja richtig das Problem ist ich weiß ja nie wo es kommt das ist ja das Problem ich habe ja mittlerweile ich habe ja mittlerweile ähm wie heißen denn die Dinger wenn ich es finden würde Sicherheit ist die Frage bei Sicherheit ID Muffalo ne das mache ich jetzt nicht Steinboden in Lager zu bauen erstens weil das ein weil das ein Scherz ist pass mal auf pass mal auf wenn dann geht der eh nur schiefer und wenn dann würde ich günstiges machen drei so Heckschieferpflaster guck mal das kostet schon 3800 und wir und wir haben nur 4000 ja das geht nicht das mache ich jetzt nicht das ist mir jetzt zu blöd tut mir leid wer ist Rasenverwut The Torms gerne muss ich dich etwa zur Vernunft bringen einfach mal draufhauen so Angriff komm schon zack gib auf gib auf Dabi, Funky alle sind alle sind hier am nichts tun das ist schlecht das ist schlecht wer ist denn das alles Dabi Dabi nicht Dabi Keks was ihr jetzt macht was ihr jetzt macht ich gebe euch jetzt allen erstmal Bergbau gebe euch allen erstmal Bergbau so weil dann graben wir uns jetzt einfach mal hier ein bisschen so durch den Berg durch würde ich mal sagen und holen uns jetzt die Dinger hier vorkommen Gold so dann gehen wir hier hoch das brauchen wir noch Uran hier haben wir noch Blasstahl das werden wir natürlich selbst hier raus ziehen weil dann sollen die jetzt hier erstmal das ganze Blasstahl holen das wir uns dann irgendwann zurückschicken können irgendwann in ferner, ferner Zukunft bewusstlose Kolonist wo jetzt da Bombs ganz schön wackel geschlagen oder blutige Angelegenheit ist das jetzt hier Bergbau nicht im Gebiet ich wollte es eigentlich nicht für den Gebiet machen ich wollte es eigentlich eigentlich für den Kram machen aber du hast ja recht ist ja gut ist ja gut ist ja gut ich mach es ja schon Mensch doch nicht so so okay aber wenn das jetzt noch fertig ist dann können wir da noch ein bisschen was damit anfangen 43 Bauteile das passt okay so was macht Maya fertig das Dach okay das heißt weil das sind wirklich wirklich du hast jetzt ein Dach drüber gebaut ein Dach bitte ein Dach bitte mein Gott bitte alles bitte komm du mir die Bauteile coole Sache gute Sache so muss es sein so Vorratskamsel passt es wird hier irgendwie nichts fertig gebaut das zieht sich eigentlich das Lager ist nicht komplett im Gebiet man ist halt aber auch pügelig mann oh was ist das wieder das ist Mitoid oder ja das ist Mitoid oh das kenne ich sofort super geil super geil oh richtig ich erinnere mich meine werten Freunde die ich eingeladen habe meine werten Sklavenhändler wo ist denn der der Chef von denen mit wem kann ich denn da handeln hallo hallo ist Olga die die gerade pennt Flüchtling ein Raumstationskoch wird von Orion Corpse Soldiers gejagt 21 21 ich weiß Mount Katzenstein komm scheiß drauf nein das ist ein Dobby ich weiß nicht mal die ganzen Waffen ausgerüstet oder außerdem kriege ich jetzt gleich einen Vogel ich kriege gleich einen Vogel pass mal auf ich kriege gleich einen Vogel wenn ich da runter schaue dann kriege ich die Krise Ah, dann haben wir noch Doppi 3 Pass auf, das ist nicht Doppi 3 Das ist Doppi des Jahres Oh, geh nicht rein, da musst du zusammenschreiben Das ist Doppi des Jahres Den müssen wir noch kurz Ich schau gleich runter So, 1, 1, 1, 1 Nein, nein, nein Landwirtschaft Er macht ausschließlich Landwirtschaft und Tragen Könnte auch noch Handwerk machen, soll er aber nicht Das heißt What? Oh Fuck Oh Fuck Oh Scheiße Ein Flüchtling Ja, ein Flüchtling Und sowas kommt bei Raum Der Song heißt Ähm Kindred Kindred heißt der Song Super geiler Song Ripp niemals Easy every time Pass mal auf Doppi des Jahres Muss halt einfach schnell mal reingehen Äh, ich muss wieder alle Ins Heimatgebiet packen Ich muss meine Tiere Ins Heimatgebiet packen Ich muss mich wieder aufstellen Ich hab hier Ich hab hier Alter Doppi des Jahres geht gleich down Und Kimli geht auch gleich down Oh 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 Und Maya auch Kimli und Maya Oh 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 Ihr geht mal bitte einfach da hin Und wir machen das anders Wir machen hier erst mal gar nichts Das muss jetzt erst mal So viel zum Doppi des Jahres Ja, so viel zum Doppi des Jahres Einfach schon down Einfach schon down Ja Tod in 5,3 Stunden Unglaublich Unglaublich Haben sich entschlossen zu entführen Ja, dann führt doch Geht doch Dann haut ab Dann haut doch ab Arschstarrn Oh, dann kommt Passivier So, kommt schon Schieß da drauf Und das ist gut Und jeder, der es wagt Auch nur ansatzweise Irgendwie Die magische Zone Zu überschreiten Wird eines Todes sterben Wirklich Die versuchen sich da durchzugraben Die KI Und jetzt Angriff Und Gefangenen nehmen Und Wo ist Doppi des Jahres Wurde ja schon geholt Hä Wann wird denn führt Ach, scheiß drauf Weißt doch, wir haben jetzt keinen Bock Mich mit denen zu kabeln Ohne scheiß Das ist mir jetzt Das ist mir jetzt echt so blöd Aber wir machen Gefangenenaustausch So sieht es aus Oh Gott, keine Ahnung Die Norm Aber guck doch Guck doch mal bei OC Remix Und gib Kindred ein Super Metroid Kindred Dann findest du es bestimmt Oder du kannst auch Du kannst auch unten in der Beschreibung Ist ein Link Zu einer Google Tabelle Und in der Google Tabelle Stehen alle Songs drin Und da ist auch ein Link Wie du direkt zum Song kommst Maya und Kimblee dürfen nicht sterben Wo ist jetzt eigentlich Wer ist jetzt eigentlich von euch verantwortlich Von euch Knallnasen Ja Twitch ist ein bisschen Ein bisschen strange Was das angeht Ich weiß auch nicht Ich würde es halt auch mal Ein stabile Verbindung haben Ich meine An mir kann es nicht liegen Wirklich nicht Ich habe Ich habe extra Ja damit ich den ganzen Den ganzen Kram rendern kann Habe ich extra Eine 65 Euro teure Internetleitung Hier bei mir Ja Weil es keinen anderen Anbieter gibt Um Um das ganze Zeug hochzuladen Und zu streamen Und alles Und mit der 16K Ist es halt schon mau Da darf dann kein anderer mehr surfen In der Zeit Ich bin jetzt immer noch auf hart Ja Das möchte ich nur mal sagen So Möbel Wir machen hier Nochmal blaues Licht rein Weil es ist ja letztendlich Eine Kühlturbine Chaka 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 Und Chaka Und Chaka Chaka Dann noch Strom Weiß ich habe schon Vor 5 Folgen Angekündigt Will ich den Zoo machen Aber wenn die da um die weiter bauen Da komme ich nicht Dann Ja Google Chrome ist super Kann ich mir empfehlen Google Chrome ist super Ich benutze auch schon seit Jahren Google Chrome Du wüsstest auch warum Weil ich Weil ich Irgendwann mal Meine ganzen Firefox Lesezeichen verloren habe Und genau Genau das hat mich so angekotzt Weil mein Rechner Irgendwie kaputt gegangen ist Und Festplatte kaputt war Und das hat Google waren ja die ersten Die das ganze synchronisiert haben Übers Übers Netz Sich anhält Im Browser Und das ist schon Sehr angenehm Da ist jetzt Olga wieder wach Wo ist Olga Tatsächlich Olga ist die Chefin Olga Handeln mit Olga Raidschiff Ein Tick Ist leider ein Tick Eigentlich abstellen Das sind doch Sklavenhändler Wieso haben die niemanden dabei Wieso haben die niemanden dabei Dem nicht mal Die haben Uri Ist dabei Oh warte mal Wir holen uns Einen männlichen Uri Ja Wir holen uns Einen männlichen Uri Weil wir kein mehr haben Ist eine gute Idee Sehr gute Idee Du bist sehr sehr fleißig Dein Kunstwert Ist schon bei 16 Mega gut Er hat Da habe ich es hier eingeteilt Bis jetzt aus Hier ist noch frei Da kommt so ein Bild hin Ich werde die Bilder Ein bisschen verteilen Meisterliches Bild Ein meisterliches Bild Unfassbar Unfassbar Oh Geht nicht Ich würde wünschen Viel Viel mehr Leute Viel mehr Leute Würden Würden Google Chrome benutzen Nicht weil ich jetzt Für ein Google Fanboy bin Ganz im Gegenteil Sondern Weil man die Leute Einfach mal überzeugen müsste Dass es Dass es eigentlich gut ist Und dass es gut funktioniert Ja Und Dass andere nicht so gut funktionieren Zumindest in meiner eigenen Erfahrung 11k für deine Kunst Habe ich das gesehen Das meisterliche War das das meisterliche Ne Attraktivität 150 Attraktivität 1890 Obra mag ich nicht Ich kann dir auch sagen Warum Ich musste es mal benutzen In der Ausbildung Ich habe zu allem Eine Geschichte heute Das ist unfassbar Ich habe Ich habe In meiner Ausbildung Zum Softwareentwickler Musste ich Webseiten Programmieren Also Homepages Für irgendeine Firmen Und das Problem ist Bei der ganzen Sache Du musst Webseiten Immer testen Auf Internet Explorer Chrome Und Opera Und Hast du nicht gesehen Ja Und Internet Explorer Und Opera Ist absolut Das Schlimmste Was man sich Als Google wieder vorstellen kann Funktioniert alles Irgendwie anders Muss immer irgendwie Eine Ausnahme Einbauen Das ist furchtbar Bärenfleisch Heated Sunlamps So Wird ich The Garden Wollen wir denn noch essen? Jo Leckere Mahlzeit 118 Cool Im Paraset Brauchen wir nicht mehr Scheiß auf Farbe Brauchen wir nicht mehr Da brauchen wir Holz Rainbow Paddles Ja Einmal lassen wir stehen Okay Gut So Was liegt jetzt an Ich brauche jetzt Was zu trinken So sieht es aus Ich hätte keinen Kuchen Was Google Chrome Wurde immer schlecht geredet? Und wem wurde denn Google Chrome Schlecht geredet? Ich sollte hier mal Zubauen Das wäre vielleicht eine Idee Wie viele Uranium bulbs Hab ich noch Du müsstest doch auch So viel mittlerweile haben Oho Cool 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 Ich hab natürlich die Türen vergessen Selbstverständlich Ich hab die Türen vergessen Brrrr So jetzt aber Überfall Oh Gott Landungskapseln Gott sei Dank nicht mitten in der Basis Naja Okay Haube mir jetzt nicht so um Hat irgendeiner von denen einen Sniper dabei? Kohle Präzisionsgewehr Oh der ist gefährlich Der ist gefährlich Was machen denn die? Treffen die mich an? Grabben die sich durch? Was haben die vor? Moment Funky Never Die Und Bob Hier geht schon mal Ich bin Bob super Bob ist ein Supername Wirklich Wir müssen Schneemann vorher abreißen So viel Zeit muss sein Schneemann ist außerhalb der verlaubten Zone Jetzt sehr gut Mann Schau mal auf Wo ist der Scharfschütze? Was machen denn die? Was machen denn die vor? Ja Warten die da jetzt? Oder was machen die? Ich meine ich gehe nochmal kurz rein Hier das Gift Jaja verrücktes Ziel ist ja gut Hm Ich muss sagen wir stellen uns hier hin Und warten einfach bis sie reinkommen Ich meine Was hatten die denn vor? Ja ich weiß Ich weiß tatsächlich wie es ist Alle Leute reden Aber Lasst die Leute reden Und hör einfach nicht hin Wirklich Ihr grabt euch jetzt ja durch Du kannst uns doch gar nicht durchgraben Jo 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 So okay Könnt ihr mal noch ganz kurz Könnt ihr mal noch ganz kurz Dieses Ding hier Weg machen Ich muss mal auf das macht Ihr zwei jetzt Lösche Feuer Never Die Lösche Feuer Bitte So Lösche Feuer auf Leonid Wieder eins verkleinern So okay passt So Brummen verstärkt Oh richtig Ich hab mal ganz vergessen Wir haben ja noch das Psychoschiff Richtig Wir haben ja noch das Psychoschiff Okay Gut Das sollten wir jetzt gleich mal als nächstes angehen Ähm Vielen Dank Musiline Dabei Dabei ist es gar nicht so schlimm bei mir Du solltest mich mal hören Wenn ich mit meinem Schwiegervater rede Das ist schon Das ist schon Da würde man teilweise Würde man tatsächlich Fast nichts mehr verstehen So wer ist Wer ist schnell Wer ist schnell Zitoex ist schnell Zitoex ist immer schnell Zitoex Zitoex Ich weiß noch mehr so Es geht Easy Wirklich Wirklich Griffst du nicht Oh 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 Was ist hier los Oh wie viel Rauben 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Rauben 1 2 3 4 5 6 Schnitter 7 Rauben 6 Schnitter In so einem kleinen Raumschiff Wie soll denn das funktionieren Maja weg da Zitoex Da bleiben Niemand hat gesagt Dass du weglaufen darfst Oh aber da Da könnte ich mich jetzt Tatsächlich wieder vorne hinstellen Das ist tatsächlich eine gute Idee Nur gute Ideen Natürlich Natürlich Er wird ja gleich instant getroffen Was ist denn das Karma oder was So Ben Stellt sie da hin Simaron wurde erschossen Wer ist Simaron Das kleine Husky-Junges Das kleine Husky-Junges Auf die Raupen Boah Angriff Easy 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 every time Würde ich sagen Easy every time Ja Muss so Raupen Abschalten Abschalten Und endlich wieder ein KI Persönlichkeitskern Großhändler Ähm Ähm Ich hab Holzwände Ich hab Holzwände Ich hab Holzwände Das Es leider nicht so ist Dass man wenn man es gibt Auch immer was bekommt Aber ich hab trotzdem Holzwände Fuck 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 Naja Okay Wir brauchen immer noch die Turbine Wieso baut keiner die Turbine Weil alle im Heimatgebiet liegen So unbegrenzt Tiere Unbegrenzt Ah Wird ein Ding Welpe Kaputt gegangen Kaputt gegangen Gestorben Entschuldigung Wollt es nicht wie ein Ding bezeichnen Gold Autotürstörung Oh Episch Stell dir vor Ja Ihr betretet ein Grabmal Und im Grabmal Sind Goldtüren Mit Plastal Jade Und Titansagophagen Ja Ihr denkt doch jeder Was für ein verrückter Was für ein Verrückter Pharao Hat denn hier gewohnt So ne Scheiß Wo sind die ganzen Leute hin Sind das die Zuschauer Donner Donner hat was zum Handeln dabei Schön Bitte Er kann doch nicht handeln Er hat einen hohen sozialen Wert Hier Funky Und Din Norm Du kannst handeln So schön Handle mit Donner Großhändler Haut rein Funky Ja 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 Ist ja gut So kann man was kaufen Verkaufen Jacken Zum Beispiel Ja Jacken Jetzt hab ich hier nicht wirklich was ne Fälle Zigarillos Wake up Weg damit Rehntierleder Wie auch schon Oder so viel Rehntier Die geben halt Uferlos viel Leder So Pass Bin gespannt Ob die das überleben Wenn die da Guck mal jetzt auch ne Katze Dabei Aber das sind Großhändler Da kann ich keine Sklaven kaufen So Okay Äh Zuriss ne Kleidung JD Wieso hat JD Zuriss ne Kleidung an Bei Speedskin Zu Das ist mir egal Das ist mir Buchstabe Voll egal Hier noch zwei Krankenbetten Wie Strom haben wir denn jetzt eigentlich Verbunden 7600 Das heißt Wir haben noch 7600 Strom übrig Das heißt Irgendeiner muss jetzt mal bitte anfangen Tor zu bauen Maja Bau Tor Arbeite Tor So Wir haben mal ein bisschen was voran kriegen Weil irgendwie Hat das Irgendwie funktioniert das hier nicht Spannungsmöglichkeit benötigt Was Achso Ach Fuck it Okay Wenn da das Gebiet hinkommt Dann dürften sie es Ach Dürft das eigentlich klappen So ein Dreck Ey das ist doch so ein Dreck hier Was macht Funky denn Das Feuer aus Okay Also das passt hier Ritterkling haben wir ja auch noch Arme Hund Arme Hund brennt Ich glaube Vielen Dank.